Der Sportbund bewegt Menschen, erst recht, wenn das Übungsleiterforum ansteht. Den Frühsport leitete Christoph Wölk an, der als ganzheitlicher Gedächtnistrainer später auch Workshops anbieten sollte. Auf das Mental-Warm-Up folgte der Impulsvortrag und führte in die digitale Welt. Eine Welt, in die Prof. Dr. Lutz Thieme eintaucht, um zu forschen. Auch, um in die Zukunft der Übungsleiter und Vereine zu schauen. Seine Prognosen durchaus gewagt bis provokant und doch fundiert. Genauso hatten die Organisatoren sich das vorgestellt. Frank Pohl, seit Mai Abteilungsleiter Bildung, Sport, Praxis und Breitensport und Präsidentin Monika Sauer, lagen mit der Auswahl der Referenten genau richtig. Man braucht ein kleines Warm-Up, um sich nochmal einzustimmen auf das Forum. Und zum anderen, denke ich mir, ist so ein theoretischer Aspekt, so ein Input zu geben, wie es vielleicht auch weitergeht mit dem Sport allgemein, mit der Übungsleiterausbildung, mit den Übungsleitern. Und deshalb war der Vortrag von dem Lutz Thieme zur Digitalisierung richtig wichtig. Das Präsidium nutzte im Anschluss die Gelegenheit, einige Workshops des 12. Forums dieser Art zu begutachten. Zum Auftakt hieß es Bodystyling und Handeltraining mit Felicitas Dovsotter-Bengel, die schon seit Jahren hier Übungsleiterinnen und Leitern immer wieder neue Ideen liefert, um Menschen in Bewegung zu bringen. Jumping Fitness heißt ein neuer Trend, der immer populärer wird, im Verein dazu dienen kann, auch jüngere Mitglieder zu begeistern. Um Begeisterung ging es in insgesamt 70 Workshop-Angeboten für 300 Teilnehmer. Alle können nicht alle Workshops wahrnehmen, das ist einfach so. Aber es kann sich ja jeder aussuchen, was er im Verein am besten gebrauchen kann und wo er vielleicht mal ein neues Angebot stricken will. Das ist ja unsere Intention. Die bei der Übungsleiterschaft ankommt. Die Teilnehmerzahlen steigen stetig, weil das Angebot attraktiv ist und bleibt. Bis zu vier Workshops konnten besucht werden in Mühleim-Kerlich. Zu Dance like a Lady lud Maria Gigerich. Kurz rund ging es auf dem Schulhof, wo mit dem Laser-Run ein völlig neues Angebot vorgestellt wurde. Auf das Laufen folgt das Schießen, wie beim Biathlon. Bei der Sommervariante sind es aber Laserpistolen, die Vereine anschaffen könnten. Diese Variante kann zum modernen Fünfkampf hinführen. Der Sportbund erfüllt hier seine Pflicht. Wie kann ich den Vereinen helfen? Welchen Service kann ich den Vereinen bieten, über den Tellerrand hinaus zu schauen, mal was Neues zu machen? Und was könnte insgesamt attraktiv für die Bevölkerung um die Vereine drumherum sein? Und das, denke ich, ist eine Möglichkeit, Laufen und Schießen attraktiv so darzustellen, auch in unserem ländlichen Raum, in einem Ort, in einem kleineren Verein, das darzustellen. Das finde ich klasse. In der Ruhe liegt die Kraft beim Kiwasar. Das sind Übungen zur Energiegewinnung. Ein neues Angebot des an dieser Stelle gut bekannten Wolfgang Holzmann, der auch eine Kampfkunstschule betreibt. Der den ganzen Menschen im Blick hat. Um den Blick auf den Menschen ging es beim Vergleich einer professionellen Haltungsanalyse, die Berufssportler anwenden, und auf der anderen Seite eine Haltungsanalyse mit einem handelsüblichen Baumarktlaser. Mensch und Technik, das passt zusammen, wenn die Kompetenzen vorhanden sind. Der Sportbund entwickelt seine Angebote parallel zu den Strukturen. Das wird an einem solchen Tag offensichtlich. Wir sind jetzt für die Schlüsselfunktionsträger Übungsleiter zuständig in der Aus- und Fortbildung. Und da ist noch so viel zu tun und so viel zu machen. Und man sieht auch hier wieder, welche Trends wieder neu sind, die man wieder einarbeiten sollte. Ob das jetzt von der wissenschaftlichen Seite ist, von der praktischen Seite ist. Und darauf müssen wir uns einstellen, ja. Diese Einstellung transportierte der Sportbund von morgens bis abends. Die nähere Zukunft kann kommen. Ob mehr oder weniger digital. Wichtig für Vereine sind gut geschulte Übungsleiter. Applaus Wichtig für Vereine sind gut. Danke. Vielen Dank.